Wir kommen jetzt zum nächsten Punkt und ich bitte unsere beiden Gäste, die wir zu Punkt 5 eingeladen haben, Mario in der Au und Bernd Spitzbart, hier vorne Platz zu nehmen. Bevor ich Martin das Wort gebe, möchte ich nur kurz darauf hinweisen, also es geht ja heute auch um die Frage von Massenentlassungen in Betrieben mit europäischen Auswirkungen darauf, am Siemens-Fall diesmal. Ich möchte euch nur darauf hinweisen, dass in dieser Woche der EuGH ja ein Urteil gefällt hat, dass bei Massenentlassungen schwangere Frauen nicht mehr automatisch geschützt werden. Was wir für einen Skandal halten, weniger jetzt, dass der EuGH praktisch gesagt hat, er hat gar keine andere Rechtsgrundlage, außer eine solche Feststellung zu treffen, sondern dass die EU-Gesetzgebung praktisch hier nicht den entsprechenden Schutz klar und deutlich mit vereinbart hat. Also ich glaube, dass hier ein Punkt ist, wo wir versuchen sollten, Druck aufzumachen, dass es eine Nachbesserung gibt, eine Klärung gibt im europäischen EU-Gesetzgebungsverfahren. Und dass wir letztendlich künftige EuGH-Entscheidungen praktisch auf eine andere Basis stellen können. Also nicht die Beschimpfung des Gerichts ist die Zielrichtung, sondern wir sagen, hier muss eben die entsprechende Schlussfolgerung gezogen werden, dass dieses Einfallstor, insbesondere was den Schutz von schwangeren Frauen in der Europäischen Union betrifft, dass dieses nicht noch weiter aufgestoßen wird und es dann nicht nur einfach um die Frage von Massenentlassungen gilt. Denn hier muss ja auch definiert werden, was ist eine Massenentlassung. Also das ist ein Thema, das uns in vielen Mitgliedstaaten beschäftigen sollte. So, ich bitte euch, Moment, ich will erst Martin das Wort geben. Martin wird euch kurz vorstellen und dann gebe ich euch jeweils das Wort, sodass ihr kurz erklären könnt, warum ihr hier seid, was Sinn und Zweck der ganzen Sache ist. Martin, bitte. Ja, danke, Gabi. Deine Einführung hat ja schon deutlich gemacht, dass es sich lohnt und dass es zwingend notwendig ist, dass wir uns für den Schutz von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Europäischen Union und in Europa einsetzen. Ich wollte eigentlich wirklich nur eine ganz kurze Vorbemerkung machen, um euch dann auch den Raum zu geben mit eurem Beitrag. Wie ihr wisst und der Fall ist bekannt, hat Siemens angekündigt, die Siemens-Aktiengesellschaft in Europa vor allem bis zu 4.500 Arbeitsplätze abzubauen, weltweit circa 7.000. Das trotz eines Rekordgewinnes und das trotz der öffentlichen Subvention, die Siemens auch insbesondere in Deutschland sehr massiv erhalten hat. Da ging es um über 300 Millionen Euro, die Sie in den letzten Jahren kassiert haben. Und die Ankündigung, Werke zu schließen, die Produktion runterzufahren und Massenentlassungen vorzunehmen, hat natürlich massive Konsequenzen in bestimmten Regionen in der Europäischen Union, unter anderem auch in den Niederlanden. Dennis wird sich später dazu äußern, aber auch in anderen Ländern. Ich bin sehr froh, dass wir heute mit Mario in der Auer jemanden haben, der aus dem Werk in Erfond und von dem Widerstand der Belegschaft dort auch berichten kann. Und ich bin auch sehr froh, dass wir mit Bernd Spitzbart jemanden haben, der das politisch dann hinterher auch aus Sicht der Gewerkschaften, der deutschen Gewerkschaften einordnen kann. Weil ich glaube, dass wir uns auch politischen Fragen natürlich in diesem Zusammenhang widmen müssen. Eine Frage ist, glaube ich, ganz dringend, wie wir als Linke, als gesellschaftliche Linke gemeinsam mit Gewerkschaften zu einer transnationalen Gewerkschaftsstrategie finden können, in Antwort auf die Strategien der transnationalen Konzerne, die im Grunde genommen immer darauf hinauslaufen, die Leute gegeneinander auszuspielen, Massenentlassungen vorzunehmen, auch Steuerwettbewerb zu befördern zwischen Industriezentren einerseits, aber auch zwischen Nationalstaaten ganz einfach andererseits. Und zweitens, wie wir uns auch solchen Fragen von Veränderungen von Produktionslandschaft, von Digitalisierung und Technologien, die neu eingeführt werden, also Industriepunkt 4.0, was bedeutet das für die Arbeitswelt eigentlich, wie gehen wir damit um, zu nähern. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid und dass ihr heute uns helfen könnt, diese Einordnung auch vorzunehmen. Vielen Dank. Ja, danke dir, Martin. Ich gebe euch das Wort. Ihr habt nacheinander die Möglichkeit, euch kurz vorzustellen und auch zu den angesprochenen Themen aus eurer Sicht die Dinge zu schildern. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, erstmal vielen Dank und auch dem Dank der Belegschaft, des Siebenstgenertorenwerks Erfurt, unsere Belange, hier euch zu verdeutlichen, weil vieles ist ja in den Medien zurzeit, vieles wird auch ein Stück weit, sagen wir mal, verdreht, um dann auch die Notwendigkeit dieser Maßnahmen entsprechend, sagen wir mal, darzulegen. Und deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass ich hier ein Stück weit auch explizit in Bezug auf Erfurt da ein Stück weit Licht reinbringe in die vielen Nachrichten, die derzeit im Umlauf sind. Ich hätte, Martin, eine ganz einfache Antwort drauf, wie man dem Thema, ich sage mal, europäisch antworten kann, indem wir die Mitbestimmung als Export nehmen und diese in der EU etablieren und gleichzeitig die Mitbestimmung der Betriebsräte in unternehmliche Entscheidungen ausbaut. Denn bisher ist noch kein Standort geschlossen worden, der durch die Mitbestimmung, sondern durch unternehmliche Fehlentscheidungen. Und da heißt es, ich sage mal, dieses Thema aufzunehmen, dass wir, ich sage mal, mehr Mitbestimmung in der Sache bekommen. Dass es kein reines deutsches Problem ist, sondern ein europäisches Problem, sieht man ja an dem Standort Hengelow, wo der auch, ich sage mal, deutlich auf der Kippe steht. Und hier, sage ich eindeutig, hat das Unternehmen Siemens eine soziale Verantwortung, diesbezüglich, ich sage mal, Alternativen für die Standorte zu suchen. Man kann ja nicht auf der Hauptversammlung sagen, dass man noch 15.000 Stellen, ich sage mal, schaffen will und im gleichen Atem sucht 6.900 Mitarbeiter und da speziell in Deutschland 3.400, ich sage mal, abbauen will. Und gleichzeitig mit einem Rekordgewinn von 6,2 Milliarden, ich sage mal, was dementsprechend dann dokumentiert. Aber ich möchte jetzt rein das Problem mal aus Sicht von Erfurt, was heißt das denn für Erfurt? Und da muss ich ein Stück weit zurückgehen, und zwar in das Jahr 2015, wo bereits Siemens ein Transformationsprogramm Power & Gas 2020, also die Neuausrichtung gerade dieser Sparte 2020 für die Veränderung in Dampfturbinen- und Gasturbinenmarkt, ich sage mal, angegangen ist. Und man hat erkannt, dass Erfurt viele Vorteile hat in Hinsicht der Flexibilität, in Hinsicht der Innovation, in Hinsicht Vorteile Standortkosten, Fixkosten. Und dann hat man erkannt, dass man hier den Standort Erfurt ausbaut als einziges weltweites Kompetenzzenter für alle luftgekühlten Generatoren. Man hat dann, wie gesagt, die Fertigung aus Charlotte abgezogen und aus Mülheim abgezogen, weil man gesagt hat, hier bindelt man die Fertigung, weil hier, ich sage mal, durch die Verlagerung nach Erfurt weitere Marktanteile gewinnen kann. In den letzten Jahren wurden Investitionen getätigt, um gerade diese Generatorentypen zu fertigen. Ich sage jetzt nur mal ein Beispiel, dass man es mal plastisch mal vor sich hat. Man hat dann in Drehbänken investiert, die sind 15 Meter lang, die haben 80 Tonnen, tragen die zwischen Spitzen oder 300 Tonnen dran, um diese Lasten zu bewegen. Weiterhin haben wir die einmalige Situation in Erfurt, dass Vertrieb, Entwicklung, Konstruktion, Fertigung alles an einem Standort ist und alles aus einer Hand heraus erfolgen kann. Wir haben uns entgegen der Darstellung, was immer gesagt hat, dass wir nicht ausgelastet sind, sind wir von dem Rückgang, was im fossilen Markt durchaus vorhanden ist, nur zu 20 Prozent betroffen. Und wir haben nach wie vor eine sehr gute Auslastung, nicht nur dieses Jahr, auch das kommende Jahr, weil wir eben Produkte haben für die zentrale, dezentrale Energieerzeugung sowie für die Produkte für die Energiewende. Hier sei nur mal kurz erwähnt, um was wir da reden. Wir reden da auch um Solarkraftanlagen, um Biomassekraftanlagen, um Stadtwerke, also reine dezentrale Energieversorgung, sowohl auch Gas- und Dampfkraftwerke und reine Gaskraftwerke. Die Entscheidung zu Erfurt, die getroffen wurde, heißt erstens der Verkauf an einen Wettbewerber. Mittlerweile wissen wir ja, dass dieser Kauf an einen Wettbewerber namens Brasch nicht erfolgt ist. Und die zweite Option ist eine Restrukturierung des Standortes. Immer einhergehend mit der Verlagerung der attraktiven Generatorentypen nach Charlotte. Also mit diesen Generatorentypen, die da verlagert werden, kommt es dazu, dass Erfurt in eine Schieflage gerät, wo man sagt, auf lange Sicht wird der Standort geschlossen. Auch ein Verkauf, also ein Wettbewerber, heißt Schließung des Standortes. Also ein zweites Bankview. Und man hat das ja auch gesehen, als dann rauskam, dass der Wettbewerber, ich sag mal, kein tragfähiges Konzept hat, dass mit dem Verkauf das forciert wird, dass praktisch dieser Standort mittelfristig nicht mehr vorhanden sein wird. Aus unserer Sicht wird die Verlagerung ohne Not, ich sag mal, erfolgen. Wir haben gezeigt, dass wir mit unseren Produkten wettbewerbsfähig sein können, indem wir nicht nur intern an Siemens, ich sag mal, diese Produkte liefern, sondern auch extern anbieten, zum Beispiel an Skoda, MAN, MTU und andere Wettbewerber. Das zeigt uns, dass unsere Produkte wettbewerbsfähig sind. Und verlagert man diese in die USA, nach Charlotte, dann zeigt uns das, dass, ich sag mal, diese Produkte an Wettbewerbsfähigkeit verlieren und, ich sag mal, weiterhin einen Marktanteil verlieren wird als Siemens. Das löst das Problem nicht. Wenn, ich sag mal, kleine Einheiten, ich sag mal, so Speedboote, ich sag mal, geopfert werden, um große Standorte, ich sag mal, mit Beschäftigung, ich sag mal, auszustatten. So sieht es zu Erfurt aus. Die Mitarbeiter bei uns, die legen natürlich nicht ihre Hände in den Schoß und warten da, was da passiert, sondern arbeiten an Konzepten. An Konzepten, wie der Standort weitergeführt werden kann, mit Produkten, gerade für die dezentrale Energieerzeugung, mit Produkten für die Energiewende. Wir haben, ich sag mal, erfolgreich Produkte an den Markt bringen können. Diese Produkte werden uns dann auch verlassen in Richtung Charlotte. Und dieses Konzept, welches wir vorbereitet haben, welches die Beschäftigten vorbereitet haben, hat als Inhalt die Gewinnung weiterer Marktanteile, natürlich die Beschäftigungssicherung. Wir haben da drin Produkte, wie gesagt, für die dezentrale Energieerzeugung, für die Energiewende. Und wir können auch nachweisen, dass wir mit diesen Produkten profitabel unterwegs sind. Und nun lügt es eigentlich nur an Siemens selber, ich sag mal, dieses aufzunehmen, mit uns zu diskutieren und den Fortbestand unter Siemens weiter fortzuführen. Denn wenn Erfurt verschwindet von der Landkarte, verschwinden weitere, ich sag mal, in unserer Region 49 Zulieferer. Wir reden dann schnell von nicht nur 700 Arbeitsplätzen in Erfurt, sondern schnell von über 2000 Arbeitsplätzen in der Region. Und das trifft nicht nur, ich sag mal, auf unser Werk zu Erfurt, sondern auch auf Göllitz zu, auf Offenbach und auf Berlin zu. Und auch auf Hengelow. Das muss man sehen. Und wir müssen eindeutig sagen, Siemens hat eine soziale Verantwortung. Und diese soziale Verantwortung soll Sie Siemens stellen. Einerseits sagt man, wie eben gesagt, man will 15.000 neue Stellen schaffen. Und da sollte man auch ein Konzept haben für die Standorte, die weiterhin, ich sag mal, mit Arbeit zu versorgen, um die Standorte nicht zu schließen. Aber eindeutig ist zu sagen, ein Verkauf des Standortes kommt einer Schließung gleich. Und das ist, ich erinnere nur an die Parallelen zu BenQ. Da war es auch, da wurde das Geschäft verkauft und ein Jahr später war alles tot. Und das darf nicht nur mal passieren. Danke nochmal. Recht herzlichen Dank, Mario. Und ich gebe das Wort gleich weiter an Bernd. Ja, liebe Kolleginnen, Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen. Erstmal vielen Dank, dass wir heute die Gelegenheit haben, hier mal vorzusprechen. Der Mario hat ja am Beispiel Siemens mal im Stenogrammstil dargestellt, wie eigentlich die Entwicklung ist und ein Stück weit, glaube ich, ist auch transparent geworden, wie Entscheidungen getroffen werden, die jetzt, sag ich mal, jenseits von vernünftigen wirtschaftlichen Entscheidungen stattfinden, sondern dass wir es im Wesentlichen mit wirtschaftspolitischen Entscheidungen zu tun haben, die die Konzerne mittlerweile treffen. Wenn ich das von oben her betrachte, sehe, dann müssen wir ja feststellen, dass wir seit über einem Jahrzehnt, ich könnte jetzt ketzerischerweise sagen, seit beinahem Vierteljahrhundert, seit dem Fall der Mauer, der Wiedervereinigung, einen echten Kulturbruch haben, was das Thema soziale Marktwirtschaft angeht, mit dem Blick der Ausrichtung, Gestaltung von Arbeit. Wir stellen fest, dass die Frage der Marschenpolitik, des Managements, also der aktiengetriebenen Unternehmenspolitik mehr und mehr in den Vordergrund gestellt wird und das wesentlich auch dazu mit beigetragen hat, die Entwicklung der Wirtschaftsförderungsfragen in Deutschland, in Europa, dass eben Konzerne so agieren können. Wir stehen mit Erfurt mit einem Standort bei Siemens mit rund 700 Beschäftigten, wo wir sagen können, wir haben eine kleine Perle in den neuen Bundesländern und in Thüringen, weil das ist ein Standort, der hat so viel Know-how mit Forschung und Entwicklung, was ansonsten, wo diese Länder davon geprägt sind, dass sie mehr oder weniger verlängerte Werkbänke sind, natürlich ein Standort, wenn der verloren geht, dass es nicht so einfach wieder zu ersetzen sein wird. Und ich weite das mal ein bisschen aus. Wir sprechen an der Stelle von 700 Beschäftigten. Wir sprechen im Durchschnitt von Direktbetroffenen nur aus dem Siemens-Standort, nämlich mit ihren Familien. Und jetzt sage ich mal einfach, da ist wenigstens ein Kindhaushalt mit dabei von 2.100 Betroffenen und dieselbe Zahl, die haben wir ja nochmal über die Zulieferer- und Kundenstrategien, so dass wir eigentlich nur aus dem Standort Erfurt von 4.200 direkte Betroffenen eigentlich sprechen, bevor wir dann in den Sektor einsteigen und sagen, wie sieht das aus? Das sind ja Industriehausplätze, die gut bezahlt sind. Anders als in den Dienstleistungssektoren. Das ist euch ja auch hinreichend bekannt. Und dann sage ich eben, wenn da die 4.200 Betroffenen, dann fangen wir an, darüber zu diskutieren, was bedeutet das für das Handwerk, für die Region, für den Bäcker, Fleischer, Fliesenleger etc. und so weiter. Und da müssen wir, glaube ich, den Fokus viel mehr darauf legen. Wir brauchen in der Wirtschaftspolitik ein klares Umdenken. Wir haben in den letzten Jahren beobachten können, dass Konzerne und Unternehmen mit Freiwilligkeitsvereinbarungen so durchgeschlüpft sind. Das ist, ob in der EU oder ob es in Deutschland oder wo auch immer gesagt wird, es gibt einen Ehrenkodex, das ist eine Freiwilligkeitssache, die Unternehmen schließen sich dem an und handeln danach. Wir brauchen Verbindlichkeiten. Ich glaube, wir müssen auch hier darüber diskutieren, dass wir zu der Frage, bei Milliardengewinne muss es ein Verbot geben von Massenentlassung. Das muss klar auf die europäische Tagesordnung, das muss manifestiert werden. Ich glaube, wir müssen darüber sprechen, was passiert, wenn Unternehmen sich nicht daran halten. Oft stellen wir die Frage oder unsere Kollegen stellen die Frage, dürfen die denn das? Ja, also wenn die Botschaft klar ist, wenn es Verbindlichkeiten gibt und die heißen, nein, sie dürfen das nicht, dann muss neben der Frage, aber sie machen es trotzdem, auch die Antwort auf Sanktionen geben. Ja, und das muss, glaube ich, klar besprochen werden, das muss eingefordert werden und das müssen internationale Normen werden, sozusagen, dass Unternehmen auch sofort sanktioniert werden. Wenn Konzerne, die eben nicht davon leben, dass der Bürger normal den Handwerker bestellt und dafür dann die Beschäftigten bezahlt werden, sondern die leben von öffentlichen Mitteln, die bekommen im Prinzip über unsere Steuern und unsere Beiträge, wie sie subventioniert werden, wie sie finanziert werden mit und die Aufträge, die sie erhalten. Und daraus entsteht ganz einfach eine Verpflichtung. Und das Thema Mensch vor Marsche muss ein generelles Thema an dieser Stelle sein. Dazu gehört eben auch der Punkt, dass wir die Frage europäische Mitbestimmung, Arbeitnehmerrechte stärken, dass die Frage ansteht, wenn Unternehmen umstrukturieren, wenn Unternehmen verkaufen. Dann muss es klar sein, dass ohne die Zustimmung der Arbeitnehmervertretung und Klammer auf, mindestens aber die, sage ich einfach mal, die Zustimmung des Gesetzgebers am Ende hinten raus, nicht nur als Gesetz, sondern es muss eingefordert werden. Die Regierungen, die müssen dann die Entscheidung treffen, ob Siemens 6.000 Arbeitsplätze vernichten darf. Und es muss mal klar werden, dass wenn man hier Arbeitsplätze vernichtet und woanders damit kommt und sagt, wir bauen neue auf, dass das nicht gleichzeitig in der Verbindung stehen kann, dass in den einen Land Standorte geschlossen werden, in den anderen werden neue Zweige aufgebaut und dann kriegt der selbe Konzern wieder Subventionen. Das Thema müssen wir faktisch in der Tagesordnung stark machen. Und dann kann es nicht sein, dass man, wenn Siemens 7.000 Arbeitsplätze abbaut und ankündigt, wir bauen 15.000 Arbeitsplätze neu auf, dann reden Sie von neuer Arbeit, von neuen Technologien. Und dann sage ich, dann können diese 7.000 auch in der Richtung über Umstrukturierungsmaßnahmen, Qualifizierungsmaßnahmen etc. in diese neuen Technologien aufgebaut werden. Und dann bleiben die Standorte erhalten und dann bleiben die Regionen erhalten. Und solange wir aber diese Verbindlichkeiten nicht herstellen, wenn wir diese Transparenz nicht herstellen und solange Joe Cesar eben öffentlich auftreten kann und sagt in einem Land wie den USA mit Trump, das gefällt mir, was du hier machst mit deiner Steuerpolitik, und deshalb kommen wir hierher und dann hören wir 14 Tage später, dass Trump jetzt aufgrund der Massaker an den Schulen sagt, wir militarisieren jetzt die Schulen. Ja, dann muss man sagen, dann muss man eigentlich Wirtschaftssanktionen gegen die USA verhängen und dann muss das eben auch dahingehens laufen. Sowas kann nicht sein. Unsere Kollegen sagen, wisst ihr, Leute, als die Banken in der Krise stammen, da wurden Milliarden an Steuergeldern freigesetzt, die Banken wurden geschützt, da ging es um die Frage to pick to file. Und dann kann man das machen, wenn man mit Zahlen spielt und Milliarden, da ging es um mehr Milliarden, als es Menschen auf dieser Erde gibt. Aber die Frage ist, wie viele Menschen müssen noch sozusagen ihre Existenzen verlieren, damit die Menschheit to pick to file ist. Und dahingehend in dieser Sache, glaube ich, brauchen wir Botschaften und die gehen, glaube ich, in erster Linie erst mal nur über die europäischen Parlamente als einen großen Baustein in diesem Konzert. Und daran müssen wir ansetzen. Und dann wird auch einiges klar und dann kann man eben dann nicht mehr so agieren, wie das die Konzerne heute tun. Und ich weiß ja auch, auch Deutschland hat ja den Finanzkapitalismus nicht unwesentlich stark gemacht in Europa. Und dahingehend aber wird es auch an der Zeit, neue Antworten zu geben. Und deshalb freue ich mich, freuen wir uns auch ganz besonders, dass ihr das Thema Massenentlassung und Milliardengewinne und Konzerne so auf die Tagesordnung gesetzt habt. Und dass daraus auch dann die richtigen Beschlüsse getroffen werden, die es dann eben in den parlamentarischen Vorgang in den Gesetzgebungsverfahren einzubringen. einzubringen und das versuchen zu schaffen. So weit das mal. Schönen Dank. Ja, recht herzlichen Dank auch dir, Bernd, für diesen Beitrag. Auch nochmal dafür, diesen Bogen gespannt zu haben zu der generellen Frage, die uns ja hier in der Europäischen Union und darüber hinaus bewegt. Das ist tatsächlich die Frage der Freiwilligkeitserklärungen, die immer wieder in den Vordergrund gestellt wird in der EU, dass man, obwohl man es eigentlich besser weiß, obwohl man es genau weiß, dass es so nicht funktionieren wird, praktisch immer wieder die Ausflucht sucht und sagt, statt verbindlicher Regelung, statt ganz klarer Bindungen, auch wenn Subventionen, wenn Unterstützung, ob von EU-Seite oder von nationaler Seite gegeben worden sind, hat ein Unternehmen auch Verpflichtungen einzuhalten und hat sich daran ganz klar auch zu halten und muss sanktioniert werden, wenn sie diesen Verpflichtungen nicht nachkommt. Wir waren ja als Fraktion vor circa zwei Jahren in Erfurt, hatten dort Diskussionen auch mit dem Ministerpräsidenten und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass er sehr stolz auch darüber gesprochen hat, welche Entwicklung in Thüringen und auch in Erfurt in den letzten Jahren erreicht werden konnte, insbesondere, was auch die Frage des Industriebesatzes betraf. Was eure Diskussion macht, aber wiederum klar, niemand ist davor sicher. Niemand ist davor sicher. Kein Standort ist sicher, kein Bundesland, kein Mitgliedstaat der Europäischen Union. Wenn die Gewinne groß genug sind, werden sie auch übermütig und sorgen dafür, dass sie noch größere Gewinne bekommen. Also Gewinne schafft, produziert in diesem System einfach nur wieder Neugier nach Neuem. Und ich bin auch froh darüber, dass ihr das nochmal kurz angesprochen worden ist, mit Trump, die Szene mit Käser, dem Konzernchef, in der Runde mit Trump, als sämtliche wichtigen Konzernchefs der Welt, bei ihm am Tisch saßen, die sprach ja Bände. Die sprach ja Bände. Und dieses, ja, wir wollen uns auch daran orientieren, an der Art und Weise, wie die Steuergesetzgebung in den USA nun aussieht. Und dieses eilfertige, wir sorgen auch dafür, dass wir in den USA vertreten sind und letztendlich bedienen, dieses America first. Das steckt ja auch ein ganz schönes Stück dahinter. Gut, ich habe jetzt Dennis als Nächsten auf der Liste. und dann Conny. Dennis, bitte. Gabi, ich hatte eigentlich gefragt, um an das Ende... Ja, ich wollte eigentlich am Ende der Aussprache etwas sagen. Also ich wollte am Ende sprechen. Dann kann ich das zusammenfassen, was vorher gesagt wurde. Okay, dann machen wir das so. Ich nehme jetzt erst mal ein paar Fragen noch auf und dann gebe ich dir das Wort und dann kriegt ihr beide das wieder. Jetzt ist Conny als Nächste dran. Ja, vielen Dank. Auch vielen Dank für euer Kommen. Das ist, denke ich, wirklich wichtig. Und ich glaube, wir müssen ein bisschen Klartext sprechen. Es geht ja nicht nur um Erfurt, es geht um ostdeutsche Arbeitsplätze. Und zwar Standorte in Größenordnung. Ich komme nun aus Sachsen. Wir haben eine Debatte, die ist unterirdisch. Bombardier geht aus der Lausitz weg. Siemens verspricht zwar irgendetwas, aber es gibt keine Garantien. Ein sogenannter Zukunftsfonds wird gesprochen. Bei uns bricht ja nicht nur ein Teil von Industrie, von Restindustrie weg, muss man sagen, sondern er wird entkernt. Praktisch die gesamte Oberlausitz steht davor, dass es ein Abwandern von Fachkräften gibt. Also wir sind an einem Punkt, der im Grunde genommen katastrophal ist. Es gibt drei große Unternehmen, die dort jetzt sagen, sie können woanders mehr Profite machen. Es geht gar nicht darum, dass hier Minus gemacht wird. Also das kommt hier hinzu. Und wenn wir dann noch die Braunkohle-Geschichte mal vorsichtig antippen, und wir alle wissen, worüber wir da reden, dann kann ich nur sagen, haben wir in einigen Regionen in Ostdeutschland eine Situation, die vergleichbar ist mit kurz nach der Wende, mit Totalabbruch. Also wirklich Totalabbruch, weil da natürlich die gesamte Infrastruktur abhängig ist von solchen großen Unternehmen, so wie sie jetzt aufgestellt sind. Wir haben damals, ich kann mich gut entsinnen an Sachsen, wir haben das wild kritisiert, dass diese Ansiedlung der scheuen Rehe so zach erfolgt ist, also auf die Art und Weise erfolgt ist, dass sie praktisch an nichts wirklich gebunden sind. Das ist auch bei neuen Unternehmen, die LEAG zum Beispiel, ähnlich jetzt in der Lausitz. Ich sage es ganz klar, wenn dieser Abbruch passiert, bei uns in Ostsachsen, nur mal das so genannt, dann werden wir nicht nur irgendwelche Wahlen haben 2019, sondern werden die Landkreise von der AfD dominiert, die werden alles gewinnen, die Bürgermeister, die Landkreise, die Parlamente, also die Kreistage und am Ende auch noch die Landtagswahl, wo sie jetzt schon nach den neuesten Umfragen und auch der Bundestagswahl vorn liegen, vor der CDU sogar, also an erster Stelle. Um die Dimension geht es. Und ja, man muss natürlich Druck machen jetzt auf Siemens, dass diese Arbeitsplätze erhalten bleiben. Die europäische Ebene, ich weiß nicht, wie weit die dafür die Kraft eigentlich hat. Ich bin mir nicht sicher. Zumal ja genau solche Ansiedlungen, genauso wie das läuft, der Markt regelt alles, ich höre das förmlich, ja von der Mehrheit des Parlaments auch unterstützt wird. Also ich jedenfalls kenne nichts anderes. Und insofern, glaube ich, steht hier wirklich ein Stück weit Ostdeutschland auf dem Abriss. Hier müssen wir uns zusammenschließen über die Länder hinweg und sagen, nirgendwo darf es den Abbruch geben, dürfen wir uns hier also auch nicht einschüchtern lassen. Und wenn das noch darüber hinaus bis in andere Mitgliedstaaten geht, dann, glaube ich, muss man hier wirklich Widerstand ankündigen, weil für uns wird das verheerende Auswirkungen haben. Ja, redet ja gar nicht von anderen Regionen. Soweit erst einmal. Danke, Conny. Joao, bitte. Joao aus Portugal. Dankeschön, Gabi. Also zunächst einmal möchte ich es begrüßen, dass ihr anwesend seid. Und im Namen der Kommunistischen Partei Portugals möchte ich meine Solidarität mit den Arbeitnehmern von Siemens Siemens in Deutschland bekunden. Aber gut, Siemens ist ein multinationales Unternehmen und beschäftigt tausende von Arbeitnehmern, auch in Portugal. Und da braucht man nicht lange in den entsprechenden Informationen zu suchen über Siemens, um sich vor Augen zu führen, dass in den letzten Jahren wiederholt dieser Konzern Massenentlassungen angekündigt hat in den verschiedenen Betriebsstätten. Ich möchte weniger eine Frage stellen als eine Bemerkung dazu machen. Das hat eben mit den bei den internationalen Konzernen üblichen Vorgehensweisen zu tun. Also ganz schamlos streichen Sie einfach Betriebsstätten in Ihren Heimatländern, aber auch in anderen Ländern, wo Sie sich niedergelassen haben. Diese Betriebsstätten werden einfach verlagert. Und das einzige Ziel ist, Kosten zu reduzieren. Vor allem Kosten für Arbeitnehmer. Und dadurch soll der Profit für die Aktionäre erhöht werden. Und mehrere Industrieunternehmen haben sich in dieser Art und Weise betätigt. und ich möchte darauf hinweisen, dass vor kurzem auch intensiv die Mitarbeiter von Autorop, ein Teil des Volkswagen-Konzerns, sich hier geäußert haben in Form von Demonstrationen. Da sollten nämlich die Arbeitnehmer gezwungen werden, am Wochenende zu arbeiten und gleichzeitig Lohneinbußen hinzunehmen. Das konnte auch nicht zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, also den Gewerkschaften, geregelt werden. Dieses Unternehmen hat dann schlussendlich diese Bedingungen einseitig auferlegt. und dann wurde aber plötzlich nach dem zusätzlichen Wochenende auferlegt worden waren, drei, vier Tage die Arbeit eingestellt, weil es an Material fehlte. Das hat auch mit einem ideologischen Angriff auf Arbeitnehmer und Gewerkschaften zu tun, die die Arbeitnehmer verteidigen. Und an diesen Demons haben linke Parteien sich beteiligt. Aber es wurde eben immer wieder gewarnt davor, ja, seid vorsichtig bei Demonstrationen, denn ansonsten werden die Betriebsstätten verlagert. Also die Arbeitnehmer wollen ihre Rechte verteidigen, wollen ihren Arbeitsplatz verteidigen und die portugiesischen Arbeitnehmer werden häufig als faul verunglimpft. Und da werden auch verschiedene Branchen in einen Topf geworfen und da wird gesagt, ja, die Gehälter bei uns sind halt höher. Aber in Portugal haben wir ja schon sehr viel niedrigere Löhne hingenommen und längere Arbeitszeiten. Und die IG Metall hat praktisch gleichzeitig zu den Demonstrationen eine Verkürzung der Arbeitsteit erreicht. Also zusätzliche Rechte für die Arbeitnehmer, aber dasselbe Unternehmen diese neuen besseren Tarifverträge in Deutschland akzeptieren müssen, aber in Portugal verfährt man ganz anders. Und das zeigt deutlich die Notwendigkeit, dass gewährleistet werden muss, dass die Unternehmen ihre Aufgabe ordentlich erfüllen und sich auch für die Arbeitnehmer verantwortlich führen. Die können sich nicht einfach nur niederlassen in Ländern, wo die Löhne dann angeblich günstiger sind, wie das damals in Portugal der Fahler und dann immer mit einer Standort Verlagerung drohen in billigere Länder und dann einfach hunderte von Arbeitsplätzen streichen wollen. Aber derartige Verhaltensweisen wurden eben durch die EU-Politik noch begünstigt. Da gab es Betriebsstättenverlagerungen innerhalb des Gemeinschaftsraums und selbst dafür gab es dann noch Subventionen für die Neuansiedlung und das obwohl eigentlich dadurch eben die sozialen Bedingungen verschlechtert werden im Mitgliedstaat der Europäischen Union. Das ist der Hintergrund, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und zum Abschluss möchte ich nochmal die Solidarität bekunden. Das ist auch ein Zeichen der Solidarität für die portugiesischen Arbeitnehmer. Vielen Dank, Joao. Und ich gebe jetzt Dennis das Wort. Ja, danke, Gabi. Und ich möchte mich auch herzlich bedanken für das deutsche Festival heute hier. Also ich finde es wirklich sehr schön, dass Sie bei uns sind und auch ich komme aus den Niederlanden. Meine Partei ist die SP und wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken für all die Aktionen, ihr durchgeführt hat. Also diese Aktionsbereitschaft in Deutschland, das wäre schön, wenn wir das in den Niederlanden auch hätten. Aber ihr kennt das niederländische sogenannte Poldermodell. Man verhandelt die ganze Zeit, die Minister mischen sich auch ein und versuchen so viel wie möglich zu retten. Aber es geht jetzt natürlich nicht darum, Deutschland oder Niederlande oder andere Mitgliedstaaten, sondern das Ganze ist eine europäische Angelegenheit. Die multinationalen Unternehmen sind grenzüberschreitend tätig, Jean sagte das auch. Das sind sowieso schon Unternehmen, die Gewinne machen, aber sie möchten noch mehr. Sie möchten immer mehr, nie reicht es auch, dann gucken sie, wo der Lohn noch niedriger ist, dass man dahin gehen kann. Da müssen wir wirklich Einhalt bieten. In Siemens ist es so, dass das zu viel Elend für die Arbeitnehmer führt. Das ist sicherlich ein Zeichen auch für Die Linke und die SP in den Niederlanden müssen zusammenarbeiten. Auch mit den anderen Parteien in unserer Fraktion müssen wir weiterhin zusammenarbeiten. Wenn wir uns die Betriebe anschauen, dann sind alle Investitionen lokal erfolgt. In Hengeloo zum Beispiel sind die entsprechenden Wege geschaffen worden, damit Siemens direkt angebunden ist. Die Regierung auf verschiedenen Ebenen fördert das Ganze. Die Unternehmen sind aber sehr gut, um Investitionen zu bekommen, um Mittel in Europa aufzutun. Aber wenn es darum geht, was man anschließend mit den Mitteln tut, dann sagen sie, ach nee, jetzt gehen wir doch noch in ein anderes Land, denn da können wir noch mehr verdienen. Also so ist das. Das ist inakzeptabel. Und Martin Schirdewan hat ja auch gesagt, dass es eine Sonderinitiative der Fraktion geben soll, sodass wir mit Experten noch einmal überlegen, was wir konkret tun können, auch über europäisches Recht, das habt ihr ja schon angedeutet, europäische Gesetze, um gegen diese missbräuchlichen Praktiken vorzugehen. Wir denken zum Beispiel an die europäischen Fördermittel, das ist ja etwas, was eigentlich auf der Hand liegt. Es ist so, dass man im Augenblick doch wirklich für Konditionen ist, im Bereich der Koalitionspolitik, da geht es dann um Staaten, die müssen Strukturen, Strukturveränderungen haben, also das ist etwas, was wir nicht unbedingt hier unterstützen, aber Bedingungen für bestimmte Betriebe, das ist interessant, also wenn man zum Beispiel Praktikant ist, bei einem Betrieb, dann hat man einen Vertrag, den man unterschreiben muss, also wenn man den Betrieb verlässt, dann muss man Ausbildungskosten teilweise zurückzahlen und jetzt gibt es glaube ich einen Vorschlag im Bundestag, wenn man nämlich Subventionen bekommt, dann muss man die für den Betrieb einsetzen, wenn der Betrieb dann aber geschlossen wird, dann muss man alles wieder zurückzahlen von diesen Fördergeldern. Ich denke, das ist vielleicht eine politische Idee, die auch die Kommission übernehmen sollte, also Subventionen schon, Fördergelder ja, aber wenn man das Unternehmen dicht macht, dann muss das Geld zurückgezahlt werden. Und dann noch etwas, was Gabi sagte zu der Situation von schwangeren Frauen bei Massenentlassungen. Die Rechte von Arbeitnehmern bei Massenentlassungen in Europa, das ist immer schon ein Thema gewesen, grenzüberschreitend für die Europäische Union und ich denke, dass auch da unsere Fraktion Vorschläge entwickeln muss. Wir werden bald einen Vorschlag machen für eine Initiativ Maßnahme hier, wie wir dann auch mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten können und das muss dann wirklich konkret umgesetzt werden, da werden wir zusammenarbeiten. Danke. Vielen Dank, Dennis. Ich würde euch gerne jetzt noch mal das Wort geben. Es gibt noch eine Wortmeldung von Kostadina aus Griechenland. Herzlichen Dank. Auch ich möchte euch ganz herzlich begrüßen meinerseits. Ich freue mich sehr, dass ihr heute über eure Probleme gesprochen habt und ihr wünscht euch, dass wir zusammenarbeiten, dass wir euren Kampf unterstützen. Ich hätte ganz gern von euch noch Folgendes gewusst. Eure Gewerkschaft Sie hat einen Kampf geführt gegen Massenentlassungen. Was habt ihr da schon getan? Was möchtet ihr noch tun? Und dann noch etwas anderes, um hier mal einen neuen Aspekt einfließen zu lassen? Vor Jahren schon gab es einen großen Skandal in Griechenland. Korruption und Protagonisten war dort eben Siemens. Und dieser Skandal hat dazu geführt, dass es erhebliche Verluste gab und haben eure Gewerkschaften damals irgendwie positionbezogen angesichts des Skandals in Griechenland. Danke. Ich gebe das Wort an euch weiter. Ja, ich will kurz Conny antworten. Erfurt war ja ein Beispiel dafür, wie man Deindustrialisierung in den neuen Ländern vorantreibt. Natürlich ist Görlitz genauso betroffen wie Leipzig, wie Berlin, wie Offenbach, Mülheim. die praktisch auch von diesen Maßnahmen betroffen sind. Aber welche Werte zählen denn noch? Du sagst zu Mitarbeitern, du musst flexibel sein. Du musst innovativ sein. Wenn der Standort ergebnis bringt, sei frei. Du bist als Mitarbeiter unterwegs mit diesen Werten. Hält sich daran? Machst das alles? Und zwei Jahre später zählt das alles nicht mehr? An welchen Werten soll man sich nach Norden halten? Görlitz hat seine Hausaufgaben gemacht, Erfurt hat seine Hausaufgaben gemacht, Leipzig Hausaufgaben gemacht und dann unsere Produkte sollen dann, um Fertigung in den USA zu verlagern. Das kann kein Mitarbeiter, kein Beschäftigter mehr verstehen. Deswegen ist es wichtig, gewisse Regeln einzuführen und das nicht nur in Deutschland sondern EU weit. Das nur kurz zum Thema Görlitz. Ja, wir versuchen das eine oder andere noch mal ein bisschen was dazu zu sagen. Und noch mal die Folge, die du diskutiert hast. Was haben wir danach dann? Rechtsruck und so weiter? Politische Entwicklung. Wir haben gestern Abend schon ein bisschen philosophiert, als wir angekommen sind, noch mal in Ruhe bei einem kleinen Essen und geguckt. Wir brauchen uns an der Stelle nicht mehr viel vorzumachen. Schauen wir uns mal die Entwicklung in Europa an, die rechtslastischen Tendenzen an, an dieser Stelle und schauen wir an dieses Haus. Ab der zwei Einheiten hier unten, die dann mal um neun, halb zehn das Licht angeht, wo die dann kommen und sitzen und mit welchem Hintergrund die da sitzen. Und ich glaube, wir sind zu zackhaft an dieser Stelle mit dieser Problematik, die sich da auftut. Ich will das mal zuspitzen. Wenn in Deutschland jetzt die Große Koalition nicht zustande kommt, mit all ihren Misslichkeiten, die da drinstecken, wir könnten uns viel was Besseres vorstellen und das auseinanderbricht, dann ist dann sozusagen der Mittelpunkt Europas an dieser Stelle genau mit der nächsten Wahl, genau diese Rechtslastigkeit, die dann durchlägt und warum reden wir immer da von Rechtsrock, wenn man sieht, wie die sich aufführen, was die wollen und wie sie umgehen mit Menschen und wie sie diskreditieren und was für sie Menschenrechte ist, ja, dann müssen wir auch mal darüber das in den Mund nehmen, dann reden wir wieder von Faschismus, so ist doch einfach die Wahrheit, was hinter diesen Entwicklungen und Tendenzen steht, was diese Herrschaften in der Politik machen und ich glaube, das muss man eben auch mal deutlich wieder aussprechen an der Stelle und dann ist richtig verbunden damit, es gibt einen zweiten industriellen Kallschlag sozusagen an Regionen und wir haben eben heute schon die Tendenzen, dass ganze Dörfer die sind freigezogen, ja, Landwirtschaft und so weiter kommt auch nicht an dieser Stelle voran und der industrielle Ersatz fällt praktisch aus. Du hast das angesprochen, wie Siemens, am Beispiel Siemens schon immer wiederholt von Massenentlassungen spricht und die Schamlosigkeit, ja, ja, klar, was auch passiert in dieser ganzen Frage der Erpressungspotenziale, der ideologische Angriff auf unsere Kolleginnen und Kollegen. Ich sage auch dazu, diese eine Frage sozusagen hier entlassen, hier Werke schließen, woanders aufbauen, neu subventioniert zu werden, das ist die eine Frage. Die andere Frage, die wir uns stellen müssen, das ist die Frage der Lebensarbeitszeit Politik. Ja, wir reden von Industrie 4.0, das ist die nächste Baustelle, die wir zu bedienen haben, die in den Konzernen und überall viel weiter durchschlägt. Ja, wir haben alleine in Thüringen 20% substituierbare Arbeitsplätze und die gehen von gut bezahlten Industrie Arbeitsplätzen, wird ein Teil aufgefangen in Dienstleistungen mit viel geringeren Einkommen. Aber was bedeutet denn das, was an Kaufkraft und Indisches ansteht und wie sich das entwickelt und wie viele Arbeitsplätze werden denn freigesetzt? Man kann ja einfach mal ein Stück in die Geschichte zurückgehen und Nils von Bräuning war mit Sicherheit kein Kommunist, kein Sozialist, aber hat die katholische Soziale vertreten, war Berater von Adenauer. Also das ist ein ganzes Stück zurück, aber der hat in seiner Schriften schon Adenauer beraten und hat gesagt, pass auf, die industrielle Industrie braucht drei Arbeitstage, um das bedienen zu können, was erforderlich ist. Und wir reden immer mehr über Verlängerungen von, wir reden zwar momentan von Running und Beschäftigungsaufbau von eins zum anderen, aber ihr wisst das besser oder genauso gut wie wir das, was aufgebaut hat an Arbeitsplätzen mit Befristungen mit Zeitarbeiten und all diesen Dingen, also der größte Teil ist doch Prekarität. Und wenn man große Konzerne sieht, die mittlerweile in ihrer Personalpolitik der prekären Beschäftigung sozusagen den Vorrang geben, dass sie sagen, das ist ein Erfolgsmodell, wovon ein Unternehmen mit 3000 Beschäftigten die Hälfte prekär beschäftigt ist. Und das brauchen wir uns doch noch angucken. E-Mobilität und die Sachen an und in der Motorenfertigung dann faktisch den Gap gibt, weil die konventionellen Verbrennungsmotoren nicht mehr zu erhalten sind, dann braucht man auf einen Schlag weniger Beschäftigten und die sind am leichtesten zu entfernen ohne Sozialplan und diese Dinge. Und das sind die Sachen, die muss man einfach an der Stelle angehen und da muss man das Thema viel mehr Mensch denken. Dennis, du hast nachgefragt Aktionsbereitschaft ist ein gutes Beispiel, wie wir damit umgehen. Man muss aber dazu auch sagen, man kann in einem Vierteljahr jede Woche eine Aktion machen. Aber wenn Konzerne am Ende so aufgestellt sind, dass sie keinen politischen Druck bekommen und das aussitzen können, dann werden die Menschen am Ende über Zeit müde gemacht. Und dann wird es auch für uns schwierig, das in der öffentlichen Bewegung zu halten. Momentan sind wir da gut aufgestellt. Wir können vor das Tor ziehen, wir können vom Berg aus in die Stadt reinziehen, da schließen sich die Leute an. Wir haben doppelt so viele Leute in der Kundgebung gehabt, in der Demonstration, um auf die Situation aufmerksam zu machen, als wir beschäftigt haben. Und haben auch die öffentliche Meinung ein Stück auf uns. Aber letztendlich ist die Frage, wo ist die Entscheidungshoheit und was kann man umsetzen. Und das Thema, du hast das ja gesagt, die eine Sache ist die Rückzahlung, die andere Sache, glaube ich, es muss klar sein, dass eben der Mensch der Mittelpunkt der Geschichte ist. Konstantina, ich glaube, die letzte Frage kann ich dir nicht so einfach so beantworten. Da bin ich nicht so ganz im Boot an dieser Geschichte, da von unserer Seite her aus unserer Region raus. Ich weiß nur, dass die IG Metall bei diesen Dingen sich immer international einsetzt, über das Büro und auch über unsere Büros in Europa, um da zu unterstützen. Aber was haben wir als IG Metall sonst sozusagen auch getan, wo wir uns ein Stück weit anstehen? Es gibt bei Siemens ein sogenanntes Rautofzell 2 Abkommen. Das ist eigentlich geregelt, dass es keine Schließung, kein Verkauf und keine betriebsbedingten Kündigungen gibt. Und trotz alledem agieren Sie und sagen, wir machen trotzdem, wenn ihr nicht das macht, was wir wollen. Das ist der Punkt, wo wir jetzt zurzeit in Sondierungsgesprächen sind und gucken, ob man überhaupt was macht. Aber wenn wir von Sondierung sprechen und wenn Siemens von Sondierung spricht, dann sind das zwei unterschiedliche Wahrnehmungen und das muss man auch dazu sagen. Wandel zu gestalten, hin zu erneuerbaren Energien, konventionelle Technik weg, wie sieht es aus mit neuen Speichertechnologien, wie sieht es aus mit den Windprogrammen und so weiter. Immerhin ist da Standort ja Kompetenzzentrum geworden in 2015, als man eben auch schon unter RADOFZ2 Verhandlungen geführt hat und trotzdem wird da hinten raus infrage gestellt, diese Widersprüche, die da sind. Und Siemens sitzt mehr oder weniger dabei und sagt, sagt ihr uns, was wir tun sollen, das müssen man sich mal vorstellen, ohne Entscheidungskraft. Und die Kollegen, wir haben einen guten Stand, wir haben über 70 Ingenieure an dem Standort, das sind über 10 Prozent der Beschäftigten in Erfurt, die entwickeln Konzepte, die tragen die vor, die entlarven faktisch auch den Vorstand, dass das, was er zugearbeitet bekommt, von seiner Ebene, eigentlich fähig sind, dass das bewusst sozusagen abgebildet wird, aber wir stellen nicht fest, dass innerhalb der Sondierungsgespräche die Konzepte, die auch aus der Belegschaft und auch mit Entscheidungskompetenz, sage ich mal, mit kognitiver Entscheidungskompetenz, nicht politischer, eigentlich gar nicht zum Tragen kommen. Die werden beiseite gelegt, als wenn es das nicht gibt und das ist die Schwierigkeit, die da drin steht. Ja, soweit. Danke. Vielen Dank euch beiden. Vielleicht nur noch mal eine Bemerkung, weil du das angesprochen hattest, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Ich denke, worüber wir viel mehr diskutieren müssen, ist, dass im Zuge der Globalisierung letztendlich gerade den global agierenden, europäisch agierenden Konzernen wir noch längst nicht entsprechend eine Gegenmacht entgegensetzen können. Und letztendlich hat der Zeitgeist ja, der neoliberale Zeitgeist ja auch um sich gegriffen. Wir merken das ja auch immer mehr, weil selbst in unseren Dokumenten ja in der EU, ob das von der Kommission kommt, ob das dann letztendlich in den Entscheidungen, Mehrheitsentscheidungen des Parlaments sich widerspiegelt oder im Rat ist, das ist ja nie davon die Rede, dass es hier um Menschen geht. Es ist eigentlich immer bis hin zu den Strukturfonds die Rede davon, dass es um die Beschäftigungsfähigkeit der Menschen geht und dass in dem Zeitalter, in dem wir leben, Mensch eigentlich nur nach seinem Wert für den Arbeitsmarkt, für die Kapitalverwertung bewertet wird. Nichts anderes. Also die Zeiten, in denen ein Berater von Adenauer darauf hingewiesen hat, dass es zu einer Verlagerung kommen wird, dass wir an Produktivität so zulegen werden als Gesellschaften, dass Menschen eigentlich über viel mehr Freizeit verfügen müssten. Das heißt, die Frage der Lebens, der Wochen, der Tagesarbeitszeit im Vordergrund steht. Die wird doch weggedrängt, weil es de facto nur noch darum geht, wie kann man möglichst bis hin zur Frage Null-Stunden-Arbeitsverträge in einigen Mitgliedstaaten der EU von den Leuten noch mehr rauspressen, noch mehr Gewinne machen und Ähnliches. Und wir, was wir schaffen müssen und das, glaube ich, ist unsere große Schwäche, zu versuchen, die konkreten einzelnen Beispiele tatsächlich wirklich so auch deutlich zu machen, also im Einzelnen drum zu kämpfen und gleichzeitig aber auch den Rahmen deutlich zu machen, dass wir erfolgreich nur werden können, wenn wir diesen global agierenden Konzernen auch eine global und europäisch agierende Öffentlichkeit gegen Öffentlichkeit entgegensetzen können. Und praktisch jedes einzelne Beispiel einer Standortschließung oder von dem Drängen von Menschen in Präkarität, letztendlich auch, ob das in Deutschland ist, ob das in Griechenland ist, in Spanien, Portugal oder in den Niederlanden oder in Frankreich mit Alstom, die Diskussion haben wir ja auch, also dass wir da deutlich machen, so kann es nicht weitergehen. Du möchtest noch eine kurze Bemerkung machen, ja, Nikos, bitte, ganz kurz noch. Ja, tut mir leid, dass ich mich jetzt erst zu Wort melde zur Information der Genossinnen und Genossen, die zu Siemens hier hergekommen sind. Also ich möchte etwas zum Fall Siemens in Griechenland sagen und wie er in Griechenland wahrgenommen wird. Das betrifft jetzt nicht die Arbeitnehmer. Also wir sind solidarisch mit den Arbeitnehmern für Siemens. Also es geht um die Haltung zu den multinationalen Konzernen in Griechenland. Dazu melde ich mich jetzt. In Griechenland gibt es einen Riesenskandal mit der Bestechung von Behörden, damit sie Siemens Produkte kaufen. Das wurde nie richtig geklärt und die Verantwortlichen sind nach Deutschland zurückgegangen und werden dort geschützt. Aber wir sollten auffolgen, das achten dann. 2014 habe ich dreimal eine Anfrage an die Kommission eingereicht im Hinblick auf die Haltung von Siemens. und gefragt, ob Olaf, die Korruptionsbekämpfungsstelle, sich damit auseinandergesetzt hätte und der Präsident des Europäischen Parlaments, den kennt ihr ja Herrn Schulz, der hat aber diese Fragen nicht weitergeleitet an die Kommission. Das möchte ich nochmal sagen. Also er hat es nicht zugelassen, dass dieses System einmal überprüft, damit einmal dieser Kreis durchbrochen wird und damit wir auch noch weiter untersuchen können, wie dann mit den verschiedenen Betriebsstätten untergegangen wird. Aber ansonsten möchte ich meine Solidarität bekunden im Rahmen der Volkseinheit einer Partei in Griechenland. Also, aber das ist etwas, was in den letzten Jahren Griechenland beschäftigt. Auch dieses Thema sollten wir an, also dass eben praktisch die internationalen Unternehmen praktisch straffrei ausgehen. Danke. Danke nochmal, Nikos, auch für diese Ergänzung. Ja, ich denke, das sollte für uns nochmal Anlass sein, dass wir alle erstens offen für alle Abgeordnete, die sich daran beteiligen wollen, aber insbesondere auch Abgeordnete, die im ITRA-Ausschuss sind, die im EMPEL-Ausschuss sind, dass wir uns darüber auch nochmal verständigen, ob wir in den nächsten Tagen, Wochen nochmal etwas Gemeinsames hinkriegen, mit Zielpunkt vor allem Massenentlassungen. Betriebsschließung, Massenentlassung, Konsequenzen für die Betroffenen, für ihre Angehörigen und für den gesamten Dienstleistungsservice im Umfeld natürlich und dass wir das thematisieren können. Wir brauchen dazu viele Beispiele. Euer Beispiel, denke ich, ist eines der, die wir da auf jeden Fall mit verwenden können. Und wir sind natürlich auch gern bereit, weiter konkret nachzuhaken. Wir sollten nochmal prüfen, inwieweit auch hier, auch nach dem schlechten Beispiel, das Nikos eben genannt hat, wohin manche Anfrage an die Kommission dann auch, wo die landet und eben nicht weitergegeben wird. Wir sollten trotzdem das wieder aufgreifen mit Martin, mit Dennis, um zu gucken, inwieweit, wie sinnvoll und wie zielgerichtet wir eine entsprechende Anfrage stellen können. Ich habe im Übrigen jetzt eben noch eine Nachricht von den Grünen bekommen. Die Grünen sind interessiert daran. Sie suchen im Moment Leute, die im Empel, also im Beschäftigungsausschuss und im ITRE sind, um sich mit euch zu treffen. Sie versuchen es noch hinzukriegen. Ska Keller selber kann nicht. Von den Sozialdemokraten habe ich noch keine Rückmeldung. Aber wir bleiben dran. Vielleicht können wir das heute im Laufe des Tages doch noch irgendwo mit vermitteln. Dann herzlichen Dank euch beiden und natürlich auch die besten Grüße an die Kollegen und Kolleginnen in Erfurt. Applaus 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 Applaus